Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von TTT auf dem Konfigkanal mit Daniel Flo Kuppa, Bernie Jung, gleich noch mit dem Raffer und in meiner Wenigkeit auf Minecraft Haven. Hi, hi. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Und alle tot. Maximal stille. Knopf gefunden für den Tritle Test. Ich bin proven. Geil. Du-du-du-du-du-du-du. Wieso hab ich überhaupt auf Tap gedrückt, denn das ist schon wieder Detektiv. Ich hab auch kurz geguckt, um sicher zu gehen, aber meine Vermutung war richtig. Ich dachte ja, das ist ein Hei-Jump. Du hast dich gerade eben echt erst gesehen? Nee, ich hab dich, ich hab dich gesehen, als du das erste... Oder hast du mich am Strand schon gesehen? Nee, ich hab nicht gesehen, als ich das erste Munitionspack eingesammelt hab, aber da hab ich deinen Namen noch nicht gesehen, deswegen muss ich ein bisschen ja dann... Wir müssen mal übrigens den alten Deathhaker wieder raufpacken, Koopa, der wurde geupdatet, der ist jetzt defizit jetzt. Das find ich gut. Müssen wir mal machen, können wir schnell noch machen. Schreib mir das mal auf irgendwie... Dann können wir dann nachher vielleicht noch machen. Weil, so'n Scheißfigur ist nicht schnell, ey. Braucht' ich mal so'n... sonst... Dingens. Ja, dann können wir ja selber da machen. Du musst ihn hoch, holst du die Bombe? Nein. Schönen Tee. Flo und ich gammeln hier unterm Boot, ey. Gammel, gammel. Wie viele Leute hierher kommen, er ist Koopa jetzt, woher hätt ich nicht gedacht, ey. Flo, ich... man muss hier meistens zurückkommen, weil's da die meiste Muni gibt und so. Das stimmt. Das heißt, du holst dir ne Waffe irgendwo, dann gehst du... Ah, in der City gibt's aber auch noch Muni. Nicht zufriedenstellt und halt loben. Oder auf dem... auf der Spitze des Berges. Schau mal, Just Killed. Äh, passt auf, jetzt kommen jetzt hier die Tee-Ding aus dem Himmel. Jo, ich hab... ich hab das Ding zerschlossen. Ah, shit, please. Ich mach das irgendwie jede Runde auf der Map. Ja, da wurde ich schon ein paar Mal davon gekillt. Ne. Ernsthaft? Davon kann man gekillt werden? Klar. Die explodieren doch gar nicht. Doch. Doch, doch. Hä? Die machen doch keine Explosion. Doch. Doch. Was? Bei mir explodieren die nicht. Bei mir machen die kein Geräusch, wenn die aufprallen. Bei mir kommen die aus der Luft und klatschen einfach auf den Boden. Aber wenn du von getroffen wirst? Ich wollte schon von denen getroffen, weil es nichts passiert. Ist jetzt echt einer gestaunen dadurch oder was? Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Keine Ahnung, aber allgemein. Rafa? Rafa ist... Rafa! Rafa ist tot. 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 Hi Daniel. Naja, hier liegt nur Müll rum an Waffen. Der Müllmann. Ah, guck mal. Bernie zeigt sich wieder als besten Detective der Welt. Bernie ist durch den Grabwork schon badly wounded. Wie? Läuft fertig. Experte. Ich hab zu mir was anderes. Yes. Das ist alles gut, passt da ziemlich. Und dahinten ist noch... Flo. Dahinten am Hintern. Wo? Wo? Wo ist Flo? Mario hat den Gehirn aus dem Land. Wo ist der Flo? Okay, habt ihr gehört Jungs? Ja, Mario. Sorry, ihr habt den Rafa gesehen, Mario. Ja. Ach, der hat schon... Klatterhärter. Achso. Läuft. Von Bernie? Ja, ich habe gesehen, wie er die Gewürfe ausgepackt hat. Und zappen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Schlecht. Und der Grappler... Da sind wir nicht explodiert. Wahrscheinlich meins fällt es also. Ich glaube Bernie. Wahrscheinlich ist bestimmt Bernie gestorben. Ja. Hiiiiisab, bitte. Alles ist gut. Ich betone meinen Anus. Mit deinem Anus will ich nichts zu tun haben. Bernie, auch bekannt als der Grappler-Hook-Meister. Ah. Ah. Naja, Saka ist halt... Sub hatte... Hätte die Schrotze und ich hatte nur ne Mackie und... Ja, was heißt Grappler-Rose? Es hat dann nach ne Explosion gekannt sein. Hm, das war ne Explosion. Durch TNT oder irgendwas anderes. Mhm. Ich hatte irgendwie TNT direkt neben sich abgeschossen oder so. Bei der... Bei der Lache die aber war, war es wohl irgendwie eigenverschulden. Wenn, dann dürfte der Krupp aber zumindest nicht in der Nähe gewesen sein. Hm. Deswegen, ich meine... Daniel mit TNT in der Nähe abschießen, meine ich halt, dass er das selbst gemacht hat, Bernie. Oh, hier oben. Daniel. Okay. Uh, da oben ist Blut am Merk. Der Berg hat seine Tage, oh mein Gott. Hm, was heißt hier oben? Hm. Irgendwo auf halber Höhe ist Blut am Merk. Ja. Ich wettere halt, dass Bernie in diesen einen Raum... Alles beim Test stoppen. Habe ihn... Da wird Pettetro bisch. Habe ich ihn Headshot gegeben? Ne, war meine. Mein Quill. Okay. Bernie hat glaube ich meine Leiche im Magnetostick gehabt und hat das gegen TNT-Fass gauern und ist dann explodiert. Wow. Lol, ernsthaft? Ja. Nein, ich wollte ihn verbrennen. Ja, und du hast gegen das TNT-Fass gauern, ja. Ja, und du hast meine Leiche im Magnetostick gehabt und hast meine Leiche gegen das TNT-Fass gauern und dadurch ist das TNT-Fass explodiert. Lol. Ich weiß nicht, dass wir das damit auslösen müssen. Ja, ich wusste auch nicht. Wusste ich aber auch nicht, aber... Aber Jung, du hattest in meiner Sicht... Also ich war gerade bei Bernie auch drin... Ich hatte aber tatsächlich keine Poison Gun. Das ist jetzt keine... Bei dir hattest du es auch... Also ich habe es genau gesehen. Ich habe eine grüne... Das ist jetzt aber kein Scheiße. Ich hatte halt wirklich keine Poison Gun. Ich hatte eine grünen... Schimmer. Ja, also ich weiß. Ich weiß. Also ich hätte auch geschossen. Also ich habe es auch als Poison Gun angesehen. Interessant. Ich hatte tatsächlich keine Poison Gun. Ich hatte tatsächlich keine Poison Gun. Es sah halt auch genau nach einer Poison Gun aus. Ich habe eine furznormale Diegel aus dem Traitor Shop mir gekauft gehabt. Glaub ich... Vielleicht wurde ihr extra irgendwie so markiert oder so. Keine Ahnung. Wie eine Poison Gun oder was? Ja, wie eine Poison Gun. Sie sah genauso aus wie eine Poison Gun. Interessant. Esi. Habe ich irgendwas... Kann man denn bitte die Liste nach Namen... Du hast ja... Du hast ja deine Strafe noch... Ähm... Bei Tabulator oben neben dem Typen der... Ich frage... Ich frage... Ich frage nur seit wann... Gut, dass wir davor nicht drüber gesprochen haben. Seit einem Patch. What the... Oh. Was ist seit dem neuen Patch? Das ist nicht dein Ernst Daniel, oder? Das ist nicht dein Ernst. Da habe ich wahrscheinlich nicht zugehört. Was? Du hast sogar noch mitgesagt, das ist seit dem neuesten Patch so. Echt so? Du und Cooper haben das gesagt. Ich hab nicht gesagt. Das hat Bernie oder... Ja, aber Daniel auch. Nein! Na, Daniel war damit beteiligt. Dann können wir auch... Nein! Doch! Sonst würde ich es doch nicht sagen. Swin Cooper und ich es doch nicht sagen, dass du das auch gesagt hast. Vor allem, weil ich es halt nur nicht wusste bis jetzt. Du hast es aber trotzdem gesagt, dass es seit dem neuesten Patch so ist. Nein! Zumindest hat Daniel den Pernimo objectivated. Hm. Du hast es nicht gesagt. Hast du aber... Ich würde weggehen, Rafa, weil ich werfe jetzt an ihren Fluch. Und wohin? Achso. Ja, da. Das Loch. Oh, unten brennt's. Rafa ist ein... Rafa macht mich jetzt eh mit seiner Shotgun. Wenn Rafa wieder full life ist, dann ist der Trainer. Okay. Rafa ist for life. Alter ist wounded. Aua, aua, aua. Flo kommt auch auf. Flo und Rafa seid ihr es beide? Ja, kommt ihr Finger. Auf jeden Fall. Hm. Mach dich weg, Rafa, wenn du es bist. Wir wollen dich double penetraten. Auf jeden Fall. Uh, hier unten liegt auch Blut rum. Autsch. Voll schön. Oh, hallo! Schuss mich hier mal nicht runter, ey. Du Assi, ey. Ich glaube, jung ist das. Ich lauf dir die ganze Zeit hinterher und schubs dich schon die ganze Zeit, seitdem du da oben warst. Du hast mich nur einmal getroffen. Ne, ich hab dich doch auch in die Lava geschubst. Achso. Oh. Oh. Ah, Sub ist auch Trainer? Okay. Flo, Rafa und Sub sind es. Ja. Drei Trainer. Das hört sich nach einer Stößten-Aussage an. Okay. Sind wir schon neu? Ja, Sub. Los, aktivier. Los. Brauch mich runter. Oh, Sub ist es wirklich. Sub ist oben bei mir, Rafa, wo ich war. Achsel nehmen. Sub ist es. Oh. Oh, aber auch mit dem letzten... letzten... Kratzer. Ähm, hi, Bernie. Bitte geh weg. Ist natürlich gut, dass ich schon ganz... Aber da bietet sich das Junge schon so an, da will er den Zuschauern nicht mal den Moment geben, wenn er da runterfliegt, ey. Hm. Ja, das ist echt, äh, ein bisschen unterhaltsam. Nice, Flo. Hast du Rafa's doch auf ihn geschossen mit? Auf den... Rafa's gar nicht da. Ich war wo ganz anders. Rafa ist wo ganz anders. Wieso? Bist du da gewundert? Oh, Alter, Bernie. Weil der Junge in die Lava geschmissen hat. What the fuck, Bernie, ey. Hör mal zu. Jetzt mach Bernie dann Bernie. Willst du mich eigentlich verarschen? Wir haben einfach die ganze Zeit geredet. Der Junge meinte auch dann dreimal oder so, ja, wenn Rafa voll helfe ist, dann ist der Traitor. Hat er ein paar Mal geschrien. Halloa. Da wurde jemand weggeschrätzt. Geschrätzt? Das war Daniel. Ja, er klang nach Rafa. Rafa hatte doch ne Schrotze, Bernie, oder? Du warst gerade in der Nähe von ihm. Äh, das hab ich nicht gesehen. Er läuft hier grad am Strand rum. Boah, meine. Na, er läuft halt gleich im Traitor-Tester. Daniel? 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 Okay, läuft zum Traitor-Tester, oder? An der Nähe des Traitor-Testes? Daniel? Okay, läuft zum Traitor-Tester, oder? An der Nähe des Traitor-Testes? Hey, Daniel, sag nichts. Ich schless mich nicht da hinweggeschossen. Daniel wurde geschrotzt, ey. Das hört man doch. Da hab man doch gehört. Alter, Bernie! What the fuck? Was ist denn hier los? Ich will halt mehr reden. Ja, aber dann geht kein Stuss. Da redet man was, was uns hilft, oder so. Keine Ahnung. Du bist unten am Strand rum? Ah, das bin ich. Wo ist er unten am Strand? Ah, hab ihn. Der ist da. Falsche Richtung umgedreht. Doppelt umgedreht, ey. Fuck. Aber Rafa? Ja. Rafa, ja. Du bist zweimal in die Lava gefallen. Du bist einmal, wo du zur Shotgun hingesprungen bist. Das war ich nicht. Und dann, wo du wieder zurückgegangen. Nee, da bin ich nicht rein. Ich bin nur, als ich zurückgegangen bin, reingefallen. Nee, bei mir bist du schon davor reingefallen. Bei mir nicht. Also irgendwie ist das... Oder warst du zumindest schon angezündet. Vielleicht bist du auch nicht reingefallen, aber du warst zumindest schon angezündet. Du warst schon gebrannt bei mir. Und dann, wo du wieder rausgesprungen, hab ich dich nochmal zurückgesprungen. Als ich die hatte, erst dann hab ich bei mir gebrannt. Okay. What the fuck? Was ist mit meinem Spiel los? Ich wollt grad sagen. Wie ist das heute? Ähm, nicht so. Aber es tut mir irgendwie leid. Aber Flo war eiskalt, Alter. Flo ist da hochgelaufen mit der AUG, Sub mit der AK und Flo zwei Schüsse und Sub tot. So, Iceman. Flo geht rein, Sub tot. Ja, so. Iceman. Er ist halt echt so. Also, das war echt sick. Die Hex sind wieder da, ey. Ja, die Hex sind returned. Die Hex sind wieder da, die Hex sind da. Jetzt haben wir einen schönen Headshot mit der AUG rausgehauen, Flo, ey. Da kannst du mit dem Headshot geben. Alter. Ja, natürlich. So schnell stimmt das auch nicht. Ich hab Jungen aber auch mit der letzten Patrone noch gestriffen, dadurch dass er gestorben. Der ist mir ein Eck vor die Füße gefallen. Ja, ja. Flo wusste ja auch noch, Flo war ja auch da, wo Rafa und ich waren. Ja. Ja. Das war lustig. Hallo. 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 Hi. Hi. Hallo, Sub. Hallo. Hallo, Sub. Meine Figur ist zu dumm zum Springen hier heute. Hallo. Hallo. Ja, so. Wow, wow, wow. GAUS. Woh. Was war der GAUS? Das war der M16? Das war der M16, das den TNT-Fass zerschossen hat. Das war der M16. Das war der M16, das den TNT-Fass zerschossen hat. Das war der M16. Das war der M16. Eindeutig. Das hab ich auch gehört. Was? Ihr habt's alle gehört, GAUS. Benni hat wahrscheinlich geschrien und hat sich grad die GAUS selber gekauft aus seinem Trader-Shop, ey. Okay, genau. Vielleicht hab ich selbst geschossen damit. Ja. Hast du ja nicht, Mann. Das war der M16, das den TNT-Fass zerschossen hat. Mhm. Benni, wo willst du hin? Hier oben bin ich schon. Lass mich. Da, du, du. Da wird jemand abgeholt und in die Psychiatrie eingeliefert von uns. Da, 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 da. Coop halt. Was? Ich glaube, er wurde gerade weggemacht. Wer wurde weggemacht? Guten Tag, Hoopa. Ich weiß nicht, aber, Jür, das war der M16. Ein random Daniel in Pierce. Ein random Daniel? Was? Ich war die ganze Zeit da unten, als du, äh, bevor du hergekommen bist. Ich hab die ganze Zeit rum. Er lebt auch so. Er ist jetzt gleich noch drauf da, Jür. Ja, hört sich nicht so an, würde ich überhaupt nicht. Er ist so abgebrochen, als ob er, äh, gerade weggemacht worden würde. Hat er dich dabei vor mit, äh, Copa geredet? Mit mir? Ja. Aber ich war genau neben dir, Bernie. Wir können gerne unter dem Schiff schauen. Wenn da Jungs gleich liegt, dann bring ich mich selbst ohne. Also es hat sich so angehört, als er gestorben, ja. Also eigentlich war er gestorben. Daniel war unter dem Schiff. Nein, eigentlich müsste er nicht sein. Da ist auch eigentlich nichts. Also ist nichts da. Vielleicht wurde er ja irgendwo anders weggemacht. Ich hab halt nicht gehört, dass er sonst weggemacht wurde. Er war aber gerade am Schiff. Ich habe ihn gefunden. Wo denn? Er ist durch, was ist er gestorben? Hm. Sniper Rifle. Und wo? Sniper Rifle, okay. Hattest du nicht eben noch ne Rifle, Bernie? Na, Bernie hat ne Rifle. Und wo? Äh, sind das die neuen Tactics? Hm. Äh, kannst du hier oben gestorben? Ja, das war auf der anderen Seite. 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 Kann ich mal kurz durchwenden? Kann er hier oben gestorben sein? Hm, da ist nur das Fass. Nein, nein. Er ist hier unten gestorben. Hier gestorben, der ist vorgelaufen. Das heißt, der muss schon da unten geschossen worden sein. Ja, aber wenn wir vier auf der einen Seite gewesen sind. Ja. Dann müsste es dir nicht schweig gewesen sein. Ich kann es auch nicht gewesen sein, da ich unten bei einer Standard-Höhle war. Mit der kleinen Höhle dritt, wo man immer reingucken kann. Warte, ich schau doch mal nach. Ah, die meinst du. Headshot, Sniper Rifle. Auf mich wurde auch geschossen. Okay, wo bist du? Du warst gerade noch in der Nähe. Bist du? Ja, ich bin da runtergelaufen. Oh, ein Sniper. Na dann. Okay, also ich weiß nicht. Ich bin auf der anderen Seite des Berges. Ja, so auf dem Berg. Daniel sehe ich auch. Ja, ich laufe die ganze Zeit schon. Ja, der kann ja nur Sub sein, oder? Sub. Sub muss es sein. Ich bin in meiner Höhle unten drin. Hm. Und wer ist denn auf dem Berg oben drauf? Und Bernie hat da geschossen. Ja, Bernie ist da. Ja, Bernie ist da. Er ist der gleiche, wo Jungen die in der letzten Runde noch so schön noch gelesen hat. Ja, aber nicht geschossen hat. Ist gar ein Kogoscherschein. Ja, ja. Kann ich sagen. Was hat das auf dem Berg oben drauf? Das ist ne Lüge. Auf dem Berg? Okay. Ich bin in der Höhle unten drin. Das ist ne Lüge. Nein. Da hinten. Hallo Flo. Da ist's. Ja. Ah, das ist einfach scheiße. Ja, Flo. Koper. Okay. Great. Irgendwo bei mir, Daniel. Irgendwo bei mir, Daniel. Irgendwo bei mir, Daniel. Das ist der Abgewieser, aber sind wir auch da oben. Ja, da kommt's wieder. Ich hab' den getrückt. Hab' ich mich mal um das Problem gekümmert. Hast' den schon echt gut angeschlossen, ne? Ja, ich kann sein, dass ich ihm auch noch den letzten gegeben hab. Hm. Vielleicht. Daniel ist bei dem am Strand bei des kleinen Prinz. Okay. Okay. Keine Ahnung hat der Spektlater dann für uns nachschauen. Daniel ist beim, immer noch beim Brunnen am Strand. Mhm. Geht jetzt. Immer noch zum Brunnen. Ja. Oh, ist schön hier. Geht jetzt an der Lava lang, ist am Wasser. Ja. Ich bin heute aber echt kein Sniper-Projekt. La 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 la. Hm, nicht ganz. Schön, dass du deine Freundschaft mir entgegenbringen willst, aber... Oh, wag mal live. Ja, nicht so viel labern, Daniel. Wo ist jetzt der Letzte? Ja, der Letzte irgendwo. Oh Gott. Ich werde angessen, Nibbet. Da weiß ich auch noch mal, was äh... Siffen wird. Hm, der da oben steht. Hm. Hallo? Was? Nein! Nicht schlecht, Zock. Nicht schlecht. Gute Runde. Schön, schön. War echt gut gespielt, Rafa. Schade. Ah, Jakob. Fuck, ey. Ich wusste nicht, dass Sub da schon oben drauf ist, ey. Ja, ich wäre da sonst nie hochgelaufen. Du hast so'n großen Vorteil, wenn einer angesprungen kommt von da oben. Highground. Ja, nicht nur Highground. Du kannst eigentlich fast nur den Kopf treffen. Ja, ja, du läufst halt fast nur auf einer Stelle und du hast halt nur den Kopf als Hitbox. Äh, Rafa. Hat dich der Finchie Blume nur knapp verfehlt, oder? Der war voll auf der anderen Seite. Ich wurde komplett nicht erwischt, oder so. Auf der anderen Seite? Du warst so auf dem Ding... Ja, ich stand auf der anderen Seite vom Mast halt. Ja, ich stand aber... Ich stand aber hinten. Und der war... Finchie Blume am Mast. Deshalb wurde ich... Das meinst du. Mit der anderen Seite, okay. Haha. Wieso... Fällig... Mach ich den Bernie, ey. Ich hab das vor letzter Runde auch aufgenommen und dachte mir so... Hä? Was will das Ding denn jetzt? Wuh? 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 Guten Tag, guten Tag. Wuh? 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 Da ging irgendwie so schon mein Turtlo. Ja, alle haben die Häuser drin. Ich hab kein Hello gehört. Jung ist hier bei einem Haus. Ich hab ein Hello hier gehört. Ich hab kein Hello hier gehört. Ich hab kein Hello hier auch gehört. Das war... Das war in einem Haus. Warte mal. Und ich geh mal mit... Kopa? Kopa? Ja, Kopa ist tot. Er wurde da schon identifiziert. Ja... Loll! Äh... Dein Mehrheit macht dich richtig bezahlt heute, Bernie. Das ist gut, just da. Das ist Qualität en masse hier. Quasi. Ich hab Kopa's erwischt. Ich glaub, Kopa hat's auch erwischt. Kopa? Kopa bist du noch Kopa? Ey, Kopa lebst du noch Kopa? Kopa? Ja, Kopa lebt. Ich verstehe auch. Ah, Kopa wurde schon confirmed, Jungs. Kopa wurde confirmed. Ey, wie, was? Oh! Ihr wurde gesnipert. Mich wurde gesnipert. Von wo? Fuck. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Das war ne Autosniper. Bei ne Mindturtle siehst du auch den Namen. Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Hm. Warte, ich... Ja, ich komm ohne Waffe. Ich... Sieht aus wie ein J. J.U. Jung. Ja, ok. Was? Jung kam ja auch hier bei den Häusern entgegen. Ja, Sub kam mir da auch entgegen. Ja. Aber wenn Kopa von mir getötet worden wäre, würde er nicht Jung haben. Oh. Dann ist es ne Anzeige. Die hab ich, glaub ich, ausgelöst. Ja, jetzt auch noch in die eigene Mindturtle laufen, Klassiker. Kopa. Na, Kopa kann dir keinen... Jung hatte vorhin ne Sniper in der Hand, als ich ihm begegnet bin. Ja, watch on a rifle. Das stimmt. Ach, ist aber okay. Aber keine Autosniper mit der auf Flur geschossen wurde. Du, das ist nämlich ein Autosniper in der Hand vorhin. Ne, ich hatte ganz einfach meinen MP7. Aber was ich schön finde, ist, dass wenn Jung jetzt wirklich Traitor ist, bin ich automatisch Proven, weil er mich jetzt als Traitor beschuldigt. Sprich, ich kann ja auch nicht der zweite Traitor sein. Sein was soll. Kann ich auf Schluss? Ich kann ja auch gut schalten und sagen, vielleicht ist Sub ja mein zweiter Traitor. Kipp, Bernie. Hab Bernie. Ah, okay. Tja, wenn jetzt Bernie Traitor ist, dann sieht's ganz schlecht für irgendwas. Ja. Böde, Kopa. Jetzt. Kill Sub wahrscheinlich auch noch seiner eigenen Traitor-Kollegen, um Proven zu sein. Ich verpiss mich einfach. Äh. Pass bitte auf Bernis Leiche auf, wenn Sub die konfirmt nicht, dass er die mitnimmt und wiederbelebt. Ah, hier schon. Kopa hat sie schon. Und Bernie hat auch noch Rafa und Dings gemacht. Und Kopa ist sowieso Proven. Ich bin Proven. Es ist ja bloß noch jemand. Mhm. Ich bin das nicht. Ja, irgendeiner ist doch oben auf dem Berg. Ja, Kopa könnte da sein. Der hat, der war bei Bernie's Leiche. Und einer ist irgendwo unten am Strand. Das wird dann vermutlich jung sein. Nö. Ich bin nicht mal in der Nähe des Strandes. Da ist der Blut. Das Blut noch von Fluss. Nach hinten an der Insel am Schiff. Verstehe. Das Blut hier könnte von Fluss. Ich bin nicht mal in der Nähe da. Was ist los? Wenigstens gibt's hier nicht auf. Du bist halt im Wasser am Schiff. Ist auch nicht. Ist auch nicht. Ist auch okay. Bin ich nicht. Ich hab ihn angeschossen. Auf dem Schiff von Wasser. Ja, jetzt ist er im Schiff. Hinten in dem Lade-Ding drin. Also in der Kajüte da. Ist er drin. Wtf. Das ist schon orange. Alles klar. Man kann mich sehen, dass duke. Alles klar. Warum kann man mich sehen, wenn ich mich duke. Ja, das war zwischen den Doos ab. Ja, das hat er höher gelegen. Ja, ich guck mal. Schau mal, wo er ist. Deswegen konnte er sein. Ich hab dann auch durch die Tür geschossen. Ich hab auch mit auf Bernie geschossen und so. Habe ich glaube, es hat in dem Ende gekürt. Aber das dort habe ich erst den ich erkannt. Als er bis zum U kam, war es dann klar. Und das erste J, da muss ich jetzt sagen. Hä? Das war doch ein Klaas-klares J. Das war J. Wieso das sonst auch. Ich hab mich voll aufgeregt. Daniel. Was ist das für ein Buchstab? Ah, Daniel weiß ja auch nicht, was links und rechts ist. Aber ich weiß ja auch nicht, was ein J und U ist. Ich weiß ja auch nicht, was ein J und U ist. Ja. Mit der M16 ist es unmöglich, diesen kleinen... ...Ding für den Pixelmasser zu treffen. Mhm. Oh, hab ihn getroffen. Unmöglich. Oh, oh. Ja. Meine jetzt nicht auf. Oh, über mir kommt ein TNT runter. Das ist nicht gut. Ich muss noch nach oben gucken, du. So, Tapp ist irgendeinem Sturm. Warum geht der nicht? Rent doch einfach in ein Haus irgendwie. Ja. Ja, ist ja. Genau neben dem M16 kommt. Wo kein Haus ist. Die rennen hin zu Maus. Ja, jetzt ist er auch. Ja, jetzt ist er zu Ende. De Bell zu dem Bell. Hoi. Hi Daniel. Guten Tag. Guten Tag. Schau, wie ich wieder durch den M16 zurückgehe. Guten Tag, ich bin der U. Ich wurde von der M16 beschossen, gerade. Okay. Jo. Ich hab ne M16. Hast du Schaden bekommen, Jung? Ja. Ich hab was schottig. Aber ob man im M16 den Todungsversuch sehen kann, weiß ich ja nicht. Ja. Soll ich zu uns beschossen werden? Ich hab 79 Läden. Ja, was kann Rafa sogar bezeugen, dass ich wundet bin. Was? Ja. Hört. Hört, wenn ich wundet. Everybody hurts. Sometimes. Sometimes. Okay. 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 Ich weiß nicht mehr wie das die ist. Trailer Testo leuchtet die Süden. Ich bin Proven. Ah ja, anderer Mensch. Das ist kurz. Das ist ja keine Zuni, die haben gerade eine Lama. Oh. Nicht wirklich. ! Ich bin Proven. Ich bin Proven. Bärni, willst sie mich machen? Oder? Tötchen Rafa, wenn sie. Weil, äh, ich keine ortliche Waffe wisse gehabt, die irgendwas drin hat. Zahra mit Hörer Röhrer 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 Schaue das ist von der E-Mail in der Welt der Anlieferung ist gemacht wird Röhrer Schott zu sehen wie ich nicht weggedreht habe er hat sich dort werfen können schönes Volk-Kaste gemacht wo sind die Blutwecke am Strand Deine Blutwecken das kann gut sein da wurde ich mit dem 16 beschossen Schalker Bogen wurde gefahren das sind meine ich glaube das hätte keine unfrage gestellt ja das glaube ich auch ist da noch irgendwo shotgun muni ich habe das meiste eingesammelt ich bin mal ich bin ein halb pro bist du halb der kollegen geil geholfen ist das auch ein sonst wären wir ja nicht die halt bros hast du viel auf mich geschossen von der position aus wasser geworfen wenn jetzt hier in der m16 rumliegt dann krieg ich glaube ich bernie durch mädels wo liegt die raffa hier liegt die m16 da lag immer mal eine ach guck mal hier auf dem grund des bodens liegt eine waffe bernie 16 und die hat nur 18 schuss bernie die luft wird dünn für die mario bernie die luft wird ganz dünn für dich wechsle dich wie dein hals dich zuzieht bernie die waren in der nähe von bernie ich glaube ich weiß wer der zweite nein ich bin es nicht auch ich wird beschossen der 18 leben floh ich wurde gesnipert von oben auf dem auf dem ich raffa und sap sind oder ich bin ich bin mit meinem schotty irgendwo anders keine ahnung sap hatte es hat er eine shotgun aber auch nicht hier ja ich bin weggelebt gar nichts ja ich bin weggelebt von oben oder sap snipert gerade ich habe auch eine schrotz ich bin keine ahnung von bernie Was? Ich bin der Täter. Warum hast du mich besnipert? Warum hast du mich besnipert? WTF Benni? Hä? Benni? Benni, warum hast du mich besnipert? Wenn du mich da so angemacht hast, hast du gesagt, du bist der Täter. WTF? Die beiden iTrader war sogar schon confirmed und Flo hat mich so geprovet, dass ich es nicht bin. Kennst du auch, Junge? Der ist immer ein bisschen... Und ich wusste halt nicht, ich hab grad gedacht, so... Nee, quasi immer der Pushter oder sowas. Boah, der ist fast in die Leber geleckt, ey. Pusht, Junge. Geleckt? Und ich hab mich innerlich so gefragt, so, ja, hat der ihn gesehen, der einige geschissen hat? Na, Junge? Willst du dich machen jetzt? Nee, warum soll ich dich machen wollen? Wollt's ich nicht. Warst du das gerade? Der war eigentlich der zweite gerade, es hab und? Ich fahr das nicht. Rafa. Ich, ich find die Aussage von Rafa... Rafa, du hast das echt... Ich hab dir echt Muni gegeben, Alter. Aber Flo hatte wieder Elfax, also hat nicht gefahren. Ich hab zweimal auf ihn geballert und er war nur Half-Life. Oh, ich hatte noch 21, also. Nein! Ja, das... Aber trotzdem, ey, mit der... Mit der Waffe, ey. Nee, ey. Also mit der, äh... Pump sollte eigentlich zwei Treffer voll aufm Körper reichen. Eigentlich schon, aber... Ja, eigentlich, ne? Also ich war voll auf dem Körper. Da kam meine Waffe geflogen. Wow, auf mich wurde grad mit irgendwas... Okay, Rafa, ey. Ich bin hier oben. Benni, du kleiner... Ne? Ich glaub... Nee, ey. Soll ich die Detektives, ne? Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Benni, ihr wisst doch alle das... Warst du eigentlich dabei bei der Aufnahme? Wollen wir den Schrotzen trainen? Ich weiß es nicht. Wo Benni den Suitcase gezogen hat und aus der Suitcase meint wird, dass wir kommen. Und zwei Endos gekillt. Ja, und zwei Endos gekillt. Ja, okay, da war's dabei. Hi, Benni. Schießt direkt auf mich. Machst du den Newton Launcher ja nichts. Ja, den Newton Launcher macht Schaden. Natürlich macht er was. Du schubst dich und macht Schaden. Wieder abschießen? Mann, ne. Krass. Maximalpiss? Maximalpiss. Nein. Nach Jung, ja. Wäre ich jetzt Strider wär er schon tot. Jung, ja. Ich hab ne Rifle. Du bist hinter mir rangekommen. Ah, sie hast schon Jung, Jung. Na Kopa, alles klar, Alter? Was? Asiya schocken? Ja. Du sagst so schon, Asiya ist schon normal. Jung, Jung. Jungen, 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 Jungen. Achso, jetzt verstehe ich's. Ja, es gibt auch einen UFC-Fall, der ist jung. Göttlich. Hey Benni, bis kommen wir. Rauch. Okay, hat mich die Insel erreicht. Fuck. Weird. Everyday. Hm. Oh, hi. Hi. Hm. Hm, ist eine gute Aussage. Raffa. What's up? Nach dem Wahrscheinlichkeitsprinzip. Hi. Gott. Oh, der Schrotz. Warum, als ob es heute immer ist? Also, ich war, glaub ich, jetzt zwei oder... Oh. In meiner Nähe. Ich war besser dreimal Trader, zwei. Einmal Raffa, einmal Cooper. Bei mir ist irgendwann, äh, Schuss eingeschlagen. Ja, hab ich auch gehört. Das war ein Sniper. Das... Hoi. Wo Berni das? Irgendwie kam aus Bernis Richtung grad'n Schuss. Das sah auch aus wie Newton-Launch. Das war ein Schuss. Oh, hi. Könnte sein, dass das... Unser... Hilfreicher Detective gewesen ist. Ich bin Detective gewesen. Ja, weil du mit nem Newton-Launcher die ganze Zeit rumschießt und du immer noch nicht verstehst, dass der runterschubst und Schaden macht. Ich stelle's die Katze auf der Tote. Äh, ich will's da abschießen. Deswegen guck ich dich an. Warum willst du mich abschießen? Weil ich schwarz war. Warum schießt du hier... Können wir friedlich aneinander vorbeigehen? Ja, ja, können wir. Wir können dich auch mal random wegknallen, Berni. Obwohl wir Inno sind. Werd' ich zu nett. Also, wenn du mich... Wenn du mich triffst, ne, dann baller ich dich weg, obwohl du dich... Du hast du die richtigen Praxis. Ich hab versucht so gerade wie möglich zu gehen, dass du an mir vorbeilaufen kannst. Aber weil du im Trailer-Shop warst, deswegen bist du gerade gegangen. Ja, ja, ja. Ehrlich, ich würde schon tausendmal irgendwelche Leute hier jetzt reingelaufen, deswegen... Ich hab keinen Bock mehr, Leute reinzulaufen. Oh, ah, okay. Das ist kein Fun. Hi Flo. Jo, Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Na, Jung? Hi. Wow. Willst du mich jetzt machen, hier? Hallo. Krass machen. Wow. 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 Alter, aber der hat... Der hat schön zwischen mir. Kupa. Kupa. Das war auch ne Pump-Shot. Ich hab Kupa. Papa, geh weg. Ich werfe hier ne Disco hin und wir trennen uns einfach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Einer von euch ist es. Einer von euch beiden ist es. Ich hab Kupa gemacht. Dann ist es Jung. Na, ich bin das nicht. Sonst häng ich dich grad gemacht. Ah! Okay, das klang nicht sehr glaubwürdig. Das hat einen jetzt reden, ne. Ich will ihn mal schon seine Waffe wechseln. Das klang nicht sehr glaubwürdig. Wo bist du hinten? Okay, äh, hier liegen ganz viele Leute auf. Da oben ist er, in dem kleinen Loch da im Berg. Da hat er gerade rausgeguckt, mit seinem schelmischen Grinsen, der Lausbub. Guck, guck. Oh nein, das war Rafa. Oh, schluss. Da wollte ich lustig sein, ging ich hinter dem. Ja, da stand halt jung, noch. Ja gut. Wie, wie hast du eigentlich Kuppa erwischt? Mit der Shotgun. Ja, aber warum, was hat er getan? Ich habe neben mir einen, oder in meiner Nähe, einen Sterben hören mit einer Pump Shotgun und die hatte nur Kuppa. Und Flo hat ja dann noch mit ihm gefeitet und ich glaube, wenn er Flo war, der hat das ja dann noch angesagt, Kuppa. Und die beiden habe ich beim Fight beobachtet und dann habe ich abgesnackt, was Flo nicht geschafft hat. Ist unser viel sprechender Detektiv noch da? Oh, halt da oben. Ne, ich glaube nicht. Ja, der ist auch da. Ich mache es mal kurz. Das musst du. Weg. Ah, ich hänge fest. Das ist aber nicht cool, ja. Schade, wärst du nicht da geblieben, ich wollte Kuppa wiederbeleben. Ja, das war mir klar und habe ich gerechnet. Wo bist denn du jetzt? Habe ich dich überhaupt erwischt? Ich weiß nicht mal, ob ich dich erwischt habe. Nö, hast du nicht. Fuck. Okay, das ist nämlich der falsche. Habe ich dich doch erwischt? Ja. Ja, hast du. Das war ein ziemlich geiler Shotgun. Ich habe mir aber selbst auf das Leben genommen. Hm, ja. Er kriegt die Punkte nicht. Oh, toll, ey. Ich hatte noch acht Life und habe eigentlich Dynamit vor mir gefunden. Naja, aber die Dings, das war halt, die Zeit wurde langsam knapp und dann habe ich halt den nächstbesten da weggeschrotzt und es war Daniel. Wir hatten doch noch zwei Minuten. Oh Gott. Ne, wir hatten noch eine Minute. Oh, ich bin auf null runtergefallen. Also bei mir stand, ich hatte noch eine Minute, deswegen habe ich halt Daniel weggeschrotzt. Flo habe ich dann noch so wenig Zeit. Flo habe ich ziemlich hart veraimt. Dich hätte ich früher töten können. Flo hätte ich vielleicht noch easier killen können eigentlich, aber der hat mich dann noch irgendwie dafür geschossen, bevor ich gekillen konnte und dann hat es halt den Rest quasi weggenommen. Ey, Koba, bleib mal hier stehen. Ähm, jo. Bist du Detektiv? Ja, bleib mal hier stehen. Moment, noch nicht. Noch nicht, aber du bleibst, du bleibst jetzt einfach wie eingesteinert hier stehen. Ja, mach ich. Okay. Ich habe einen Cure bekommen. Ja, nice, ne? Nice, oder? Ja, ich habe Pulsat. Hier. Kannst du mit in den Mikro? Du musst dich da rumtanzern. Hä? Den kann ich nicht droppen, dann nehme ich den jetzt selbst. Jetzt wurde ich gekurrt von der Disease. Die Disease-Seas-Gruppe. Und jetzt? Oh, Junge. Darf ich mich da so verstecken? Ich habe einen Namen gesehen, das ist für gewöhnlich, Junge. Ja, ich habe einen Auge gefunden. Hi, Rafa. Junge, ich war mir ziemlich sicher, dass da bald ein Fredschiff überhaupt nicht kommt. Das war auch typisch auf dieser Mal. Aber Gott sei Dank ist das passiert. Ich habe es gar nicht drauf geachtet, da kam jetzt nichts raus, oder? Ja, doch. Cooper ist ein Traitor, weil er darf weiterleben. Okay, dann kann ich auf Cooper schießen. Genau. Der Junge hätte mich weiterleben lassen, weil er so nett ist. Nice Sachen, ne? Nein, ich würde nicht weitergehen. Würde nicht machen, würde ich nicht machen. Lass du weitergehen. Schade. Schade, ich dachte, dass er hat so ein Mindshard geplantet. Gibt dir jetzt erstmal eine Respekt-Shell, ne? Willst du da in den Bergwern oder hast du da einen Schrotzen-Spot-Sup? Äh, ich habe zwei Schrotzen-Spots. Läuft bei dir. Daniel, wolltest du gerade auf den Detective was werfen, der da oben war? Ich hätte eh hier nur das habe ich. Ja, kann sogar den nicht schreien. Ja, das ist mir egal, dass du smokest. Aber vielleicht hast du ja gerade eine andere Granate, die viel krasser ist. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht hast du ja gerade eine Traitor-Shop-Granate, eine Frag oder eine Super-Smoke oder eine Super-Disco-Grad. Auf jeden Fall. Super-Smoke, ja. Ja, Daniel wusste nämlich, wo ich bin und hat sich Sneaky an den Rand gestellt. Und Bernie ist auch hier. Die sind's beide. Verpiss so, ey. Nein, 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 nein. Warte mal, Mario. Ich will das mal hinterher erklären. Komm her, ja. Ja, wenn du mir jetzt noch hinterher rennst, dann kill ich dich. Hallo. Rennen wir weiter hinterher. Er ist hinterher gelaufen. Er ist hinterher gelaufen. Sag der richtige Schuss. Bernie, erkennst du dich damit gut aus, ne? Hab's schon bekommen. Oh, hoi, jung. Na, Ende ran. Was haben wir denn da in der Hand? Thomas Gunn? Äh, richtig schöne Thomas. Damit mach ich euch. Warte, warte. Ja, jetzt kann ich euch machen. Wow. Wow. So ne Disco. Komm, wir stehen auch in der Reihe. Äh, ja, warte, warte. Sam, wir stehen zu dritt hier, Alter. Ja. Schieß jetzt die Thomas Gunn, los. Nee, Bernie hat sich so entfernt mit seinem Schuss. Ja, weißt du, warum der jetzt nicht schießt? Weil entweder Sub oder Bernie sein Trailer-Kollege ist. Ja, oder Daniel. Daniel, Daniel ballert sich. Daniel, verpiss dich. Ich hab doch nicht. Geh mit deinen Granaten weg. Du bist suspicious. Ich bin aus Blut. Ja, bin ich schon. Deswegen würde ich dir weisen, dich zu entfernen. Daniel, avoid. Schon weg. Ah, Bernie, Bernie, was schaust du? Was? Bernie, du Pisse. Absichert, absichert. Ja, Bernie ist so ein hartes Suspekt, der dir so, ne. Äh, 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 äh. Komm mal her, komm mal her. Ich war grad da oben am Haus, ne? Ja. Das, was du da siehst. Daniel war hier hinten, also kam von da hinten, da hinten, ist hier langgegangen und er wusste nicht, dass ich schon hier unten bin. Der hinter ihm war. Er hat sich hierhin gespeakt, hat auf ne Granate gewechselt und wollte die da hochwerfen, der hat. Ja, und Daniel, mach das schon wieder, äh, und da hinten steht Bernie. Guck mal, da kommt der schon wieder, oder was? Pass auf Bernie auf. Ja, guck mal, Teter kommt immer zu den Tato zurück. Ja, normal, ne? Ach, Daniel, es ist so hart, diese Runde, ey. Rafa, wenn du mehr zum Rücken fällst, ne, dann werde ich mein Leben lang auf dich böse sein. Ja, das sagen sie alle, bevor sie einen betrayen. Ja, aber ich bin ja nicht. Ja, aber ich bin ja nicht. Es leben noch alle, ne? Die Trailer nur noch eine Minute, die müssen gleich eskalieren. Rafa, bitte. Also, das spricht schon für Bernie, würde ich glauben. Oh, Kopa, komm. Oh, was denn? Ja, ich bin hinter mich verzogen. Kopa, mach mich! Okay, finde ich nicht nett, dass du sowas sagst. Kopa? Mario? Mario? Jungs, ihr kennt Jungen, ne? Ja, das ist ja typisch, Jungen, dass das Ding ist, aber es könnte auch immer richtig sein. Moin. Hey, Rafa, ne? Ich muss ja jemanden, dem er die Health-Piste gerade in den Tod schicken, ne? Der will einfach nur sowas passieren! Oh, da war, ne. Oh, das war eine Törtel. Ein Ninja-Törtel. Quasi eine Ninja-Törtel. Das heißt... Na, Bernie, willst du mich jetzt machen? Ich seh ja Blut, aber keine Leiche. Ach, dann was. Er taucht da, Jungen. Okay. Ja, ich seh auch das Blut, aber... Das ist gut. Flo! Flo, der Alunca hat ne Mind-Törtel geplantet. Ja, ich glaub auch. Flo, du hast ja ganz schön erlausten. Okay, wenn ich das nicht bin, dann kann das noch Sub oder Bernie sein. Lebt Bernie überhaupt noch? Ja, der lebt noch. Ja, ich lebe auch. Für mich, wenn du... Wenn ich, äh... Wieso können wir dir trauen, Rafa? Ich kann mir davon trauen, eh? Er hat gar nicht gesagt, er müsste das Sub oder Bernie sein, hat er gesagt. Ja. Und das ist absolut korrekt. Er verhält sich innocent. Nicht so wie du, Bernie. Ja, klar. Ich fall mir selber in den Rücken. Okay. Das ist immer ne gute Taktik. Rafa betraylt sich. Ich glaub, es ist schon Sub wieder, weil der ists heute sehr oft. Das... Kann sein, aber ich halte es für relativ unwahrscheinlich. Wo ist denn Flo überhaupt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das Sub war auch mega ruhig hier die ganze Zeit. So, Flo ist schon noch vom Leben. Ohhhh. Alter, ey. Alter, ey. Okay, Rafa ist es. Das Flo. Das Flo. Flo ist hier. Bernie um die Ecke. Oh, Gauss, hab ich die andere. Oh Gott, wo sind die? Nein, Gott, ich werd das nicht verleben. Oh Gott, soup. still die TWhere. Oh go, türo türo türo. Ja, ich bin des recht oft heute das... No, ich bin jetzt jetzt nämlich nur alleine. 40 Mal. Nadja, alle leben noch jemanden. Ich weiß nicht, ob du Flo noch gemacht wurde nicht. Ich glaub schon fast nicht. Aber ich geh da nie wieder in diese Scheißhäuser rein, nehm, Mann. Der Hund ist schon 42 Minuten. Ja, der geht echt 42 Minuten, aber ne lange, lange Runde, ja. Von daher würde ich's sagen, Dankeschön und bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao. Und den Sieg, by the way, an mich, ciao.